Ohne großartig für Aufmerksamkeit zu sorgen, hat der Flugzeughersteller Boeing gestern im Kreise seiner Mitarbeiter, also durchaus vergleichbar mit dem 777X Rollout vor mittlerweile fast einem halben Jahr, die 737 MAX 10 aus der Halle geholt. Warum man das so gemacht hat, warum man das in einem so kleinen Kreis, vergleichsweise kleinen Kreis gemacht hat, das muss ich hier niemandem erklären. Dennoch kann man sich darüber mal ein bisschen unterhalten, denn damit hat man bei Boeing jetzt das größte und sicherlich auch letzte Exemplar der 737 MAX Flugzeugfamilie fertiggestellt. Und das ist ja nicht nur eine positive Nachricht für den Flugzeugbauer an sich, sondern natürlich auch für die ganzen Mitarbeiter, die teilweise wahrscheinlich schon seit Jahren an dem Ding rumwerkeln. Deswegen gibt es jetzt in einem kurzen Beitrag mal ein paar wichtige Infos zur größten 737 MAX. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Eine große in der Öffentlichkeit stattfindende Vorstellung der 737 MAX 10 hätte in vielerlei Hinsicht echt ganz übel nach hinten losgehen können. Deswegen hat man das nicht gemacht. Nicht zuletzt sicherlich auch aus dem Grund, weil mittlerweile ja so ziemlich jeder weiß, dass eine der größten Schwächen der 737 MAX darin besteht, dass dieses Flugzeug so wahnsinnig viele Kompromisse eingehen muss. Die muss diese Maschine eingehen, um die vergleichsweise alte Technik, auf der die 737 ja durchaus basiert, das kann man gar nicht anders sagen, um das in Form eines modernen und auch wettbewerbtauglichen Flugzeuges so in die Luft zu bekommen. Und die 737 MAX 10. Es ist definitiv die Version der 737 MAX, bei der man die größten Kompromisse eingehen musste, damit dieses Flugzeug überhaupt funktionieren kann. Dazu nur mal kurz ein kleiner Überblick. Die MAX 10 ist jetzt also wie gesagt die längste 737, die es je gab und höchstwahrscheinlich auch je geben wird. Im Jahr 1968 hat man beim Erstkunden Lufthansa mit der 737 100 angefangen und die hatte eine Länge von 28 Metern und 65 Zentimetern. Ist noch recht überschaubar. Die 737 MAX 10 hat jetzt allerdings eine Rumpflänge von 43 Metern und 80 Zentimetern. Das klingt erstmal nach einem vollkommen anderen Flugzeug. Da liegen etwas mehr als 15 Meter dazwischen. Beim Start darf die neue MAX 10 mit einem maximalen Abfluggewicht von knapp unter 90 Tonnen fast genau doppelt so schwer sein wie damals die 737 100. Und eine leere Boeing 737 MAX 10, zwar mit kompletter Ausstattung, aber ohne Passagiere an Bord, ohne Fracht und ohne Treibstoff in den Tanks. Diese 737 MAX 10 ist in etwa so schwer wie eine randvoll beladene 737 100. Ein Triebwerk der neuen MAX 10 ist minimal stärker als beide Triebwerke der 737 100 zusammen. Kurzum, die 737 MAX 10 hat wirklich verdammt wenig mit ihrem Ursprung zu tun. Bewegt werden können mit dieser neuen 737 MAX 10 aber auch maximal 230 Menschen und das ist auch fast doppelt so viel wie damals in der 737 100 Platz gefunden haben. Aber gut, das ist ja auch erst einmal alles gar nicht schlimm. Es ist ja vollkommen normal, dass ein Flugzeughersteller ein gut funktionierendes Standard-Rumpflugzeug in verschiedenen Längen und Größen anbietet. Und die 737 MAX 10 ist im Vergleich zur 737 100 natürlich ein anderes Flugzeug aus einer ganz anderen Zeit. Allerdings hat auch die 737 MAX 10 gewisse, man könnte schon fast sagen, Charaktereigenschaften, die zu einer 737 einfach dazugehören. Und das ist unter anderem auch die geringe Bodenfreiheit. Das war in den Versionen 100 und 200 mit den extrem schmalen Triebwerken unter den Tragflächen, da war das noch ein richtig großer Vorteil für die 737. Denn man benötigte zur damaligen Zeit, Mitte der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre, für ein vergleichsweise großes Passagierflugzeug, für einen neuen Passagierjet, nicht unbedingt schweres Gerät, um das Flugzeug abfertigen zu können. Die Frachträume der Maschinen ließen sich damals mehr oder weniger bequem im Stehen vom Vorfeldboden aus bearbeiten, ohne dass man da irgendwas gebraucht hat. Und wenn man halt mal an den letzten Koffer in der Ecke ran musste, dann ist man eben in den Frachtraum reingesprungen, hat den da rausgekramt und dann war auch gut. Das war gar kein Problem. Das geht heute allerdings weder konform mit irgendwelchen arbeitserleichternden Vorschriften zugunsten der Loader, noch ist das heute an irgendwelchen internationalen Flughäfen gelebter Standard. Man hat ausreichend Gerät zur Verfügung, heute fehlen da eher die Mitarbeiter, aber das ist dann wieder ein anderes Thema und die geringe Bodenfreiheit der 737 wird eher zum Nachteil, durch die größeren Triebwerke. Dabei müssen wir das gesamte Triebwerksthema jetzt gar nicht neu aufrollen, ihr wisst ja alle worum es geht. Allerdings kann man eben sagen, dass die Art und Weise, wie Triebwerke an der 737 MAX positioniert sind und das gilt für alle Versionen der 737 MAX Familie, trotz verlängerten Bugfahrwerkes, das kann die Aerodynamik und die Gutmütigkeit des Flugzeuges in bestimmten Situationen negativ beeinflussen. Und um das in einem handelbaren, sicheren Rahmen zu halten, gibt es das MCAS und das eben auch in der 737 MAX 10. Eine weitere Besonderheit und diesmal auch tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal der neuen MAX 10 ist das Hauptfahrwerk. Wenn man sich das mal anschaut, dann fällt einem auf, das ist ziemlich aufwendig konstruiert, ziemlich komplex und das verdeutlicht so ein bisschen, warum man nicht einfach unter die komplette 737 MAX Familie etwas größere Stelzen drunter schraubt, die Triebwerke vernünftig unter den Tragflächen anbringt und das MCAS einfach rausschmeißt. Denn der Platz im Rumpf des Flugzeuges ist begrenzt für das Fahrwerk. Und genauso ist auch der Platz begrenzt beim Starten und Landen zwischen Heck der 737 MAX 10 und der Start- und Landebahn. Auf schlau gesagt bedeutet das, die 737 MAX 10 ist ganz einfach durch ihren nochmals verlängerten Rumpf sehr viel Tailstrike kritischer und zwar bei Start und Landung als die anderen Flugzeuge der 737 MAX Familie oder der 737 Familie generell. Das bedeutet, diese Maschine hat jetzt eine Art Teleskopfahrwerk, was eine ganz bestimmte Funktion erfüllt. Und zwar beim Starten, wenn das Flugzeug rotiert, also wenn die Nase des Flugzeuges angehoben wird, dann drückt das Hauptfahrwerk das Heck des Flugzeuges nach oben, hilft quasi beim Abheben und sorgt dafür, dass die Bodenfreiheit zwischen Heck der Maschine und Boden, dass das einigermaßen im sicheren Rahmen bleibt. Beim Landen funktioniert das Ganze genauso, nur eben andersrum, das jetzt also quasi weiter ausgefederte Hauptfahrwerk fängt die Maschine vernünftig ab, sodass mit der Derotation, also mit dem Absenken der Nase, ganz einfach früher begonnen werden kann und die Bodenfreiheit auch hier wieder im sicheren Rahmen bleibt. Fahren die Piloten dann nach dem Abheben das Fahrwerk ein oder die Maschine rollt irgendwie ganz normal am Flughafen rum, dann sieht man allerdings, dass die Bodenfreiheit genauso ist wie bei allen anderen 737 MAX Maschinen auch. Mit anderen Worten, das Fahrwerk ist dann genauso groß wie bei allen anderen Schwestermodellen auch. Ebenfalls zur neuen 737 MAX 10 gehört ein Notausstieg, also eine Art weitere Tür, die aber wirklich nur als Notausstieg genutzt werden kann, hinter den Tragflächen. Diese findet man aufgrund der 200 möglichen Passagiere oder mehr als 200 möglichen Passagieren, aber auch bei der 737 MAX 9 und auch bei der 737 MAX 200, die jetzt eventuell irgendwann dann bald mal bei Ryanair an den Start gehen soll. So viel erst einmal dazu, die neue 737 MAX 10 soll im nächsten Jahr das erste Mal fliegen. Also wir erwarten da den Erstflug der 737 MAX 10 und auch den Erstflug der 737 MAX 10. Und dann soll das Flugzeug natürlich so schnell wie möglich an die aktuell 20 Kunden ausgeliefert werden und das laut aktueller Planung ganze 520 Mal. Also die Zahlen, die da mit der 737 MAX zum aktuellen Zeitpunkt einhergehen, das ist durchaus vielversprechend. Trotz etwas Verspätung und der etwas geringeren Kapazität im Vergleich zum Airbus Konkurrenzmodell, im Vergleich zum A321 Neo, soll die 737 MAX 10 nämlich tatsächlich mit etwas geringeren Sitzplatzkosten durch die Gegend fliegen können. Ganz einfach aufgrund eines mehr oder weniger deutlich geringeren Spritverbrauches. Bei all den negativen Worten zur 737 MAX aus den letzten Wochen und Monaten ist das, was man da jetzt sehen kann, definitiv ein runder Abschluss für diese Flugzeugfamilie. Und es ist auch definitiv die 737 in ihrer ausgereiztesten Form. Mehr wird es da ziemlich sicher nicht mehr geben, zumindest nicht in Form der 737. Aber jetzt müsste das Flugzeug nur noch fliegen dürfen und da wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt leider wenig Konkretes. Die Seattle Times zitierte gestern einen kanadischen Offiziellen, der mit der Wiederzulassung der 737 MAX Flugzeugfamilie wohl vertraut ist. Der sprach davon, dass er das Problem bei dieser Flugzeugfamilie wirklich im MCAS sieht, also in dieser Software und eine Lösung darin sieht, indem man das Flugzeug aerodynamisch überarbeiten und verbessern würde und das MCAS dann ganz einfach nicht mehr brauchen würde. Das ist sehr viel aufwendiger als es klingt, aber warten wir mal ab. Und damit soll es das für heute schon gewesen sein mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ein großes Dankeschön geht heute noch raus an die neuen Kanalmitglieder Sascha, Kladaniel2 und M-S und BillyTheMountain. Toll, dass ihr so schöne Benutzernamen habt. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.